Er steigt nun offiziell ins Präsidentschaftsrennen ein. Der schon lange als gefährlichster innerparteilicher Rivale von Ex-Präsident Donald Trump geltende Ron DeSantis. Der 44-Jährige wurde erst im vergangenen Herbst als Gouverneur des US-Bundesstaates Florida wiedergewählt. Zeitgleich erlitten von Trump geförderte Kandidaten bei den Kongress-Zwischenwahlen herbe Schlappen. Viele dachten da schon, das Kapitel Trump sei endgültig beendet. Doch das war vielleicht etwas voreilig, denn für DeSantis, den selbsternannten Kämpfer gegen eine linke Vogue-Ideologie, läuft es zuletzt gar nicht gut. Er liegt in Umfragen zu den Republikanervorwahlen bis zu 30 Prozentpunkten hinter Trump, obwohl dieser mit diversen juristischen Problemen zu kämpfen hat. Für viele Konservative ist der Gouverneur von Florida dennoch ein Hoffnungsträger. Der frühere Navy-Offizier und Staatsanwalt gilt vielen als Republikaner der Zukunft, stramm rechts, aber weniger skandalträchtig als der Ex-Präsident. In seinem Bundesstaat hat DeSantis zahlreiche rechtsgerichtete Reformen durchgesetzt. Er verschärfte das Abtreibungsrecht, lockerte das Waffenrecht, erleichterte Todesurteile und verbot mit einem umstrittenen Gesetz Schulunterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität. DeSantis ist Absolvent der Elite-Universitäten Yale und Harvard und hat drei Kinder mit seiner Ehefrau, einer früheren Fernsehjournalistin. 2018 wurde er erstmals zum Gouverneur von Florida gewählt, ironischerweise dank der tatkräftigen Unterstützung von Trump.